Wohin sie auch sieht, ob aus einem Fenster oder in ein Gesicht, sie sieht Italien, ihr Italien, mit seiner Schönheit, seinem romantischen Lebensgefühl. Laura Biagiotti drückt diese Schönheit in ihren Designs aus und dieses Gefühl in ihren Düften. Roma, Roma Uomo und Laura. Erleben Sie die Romantik. Laura Biagiotti Parfums. Untertitelung des ZDF für funk, 2017